Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Busta und wir spielen heute mal nicht eine Runde Path of Exile Affliction. Und zwar gab es jetzt in der unter der Woche ein Interview und zwar hier von dem linken Herrn, den guten Herrn Wodic. Er ist, glaube ich, sein Main Content ist Diablo 4. Er macht aber auch zu anderen JRPGs Content, auch zu Path of Exile. Und er hatte diese Woche ein Interview mit Jonathan Roger, hier unten steht sein Name. Er ist Mitgründer und Game Director von Path of Exile, äh von Grinding Gear Games. Die machen ja Path of Exile und auch speziell für Path of Exile 2. Er hat ein super Interview gegeben. Das sind jetzt hier zwei Stunden. Ich habe jetzt die zwei Stunden natürlich jetzt nicht für euch vorbereitet, sondern ich habe mir die wichtigsten Punkte rausgeschrieben. Die bringe ich euch jetzt. Ich werde dann, werde jetzt dann einen Schnitt machen. Wir werden über die Zukunft oder die weiteren Schritte über Path of Exile 2 sprechen heute. Ich habe dafür Footage Material vorbereitet. Wir werden dann weiter plaudern, aber nur damit ihr das wisst. Einmal hier, dass von der Gamescom, den Droiden Gameplay, der wird leider, ich finde das ist ein ganz cooler Playthrough gewesen oder Walkthrough gewesen. Aber den sieht man halt sehr selten in anderen Videos. Deswegen schneide ich das mal als erstes rein, dass wir hier nochmal den Droiden sehen. Und dann im zweiten Teil, je nachdem wie lange das Video wird, und ich werde wahrscheinlich noch ein paar Minuten länger brauchen wie 13 Minuten, habe ich dann hier von der ExileCon 2023, also ungefähr vor sechs, sieben Monaten, das Gameplay, den Workbook 3 rausgesucht. Dann schauen wir einfach, wie das schneide ich dann passend für das Video natürlich zurecht. Wo habe ich das alles herbekommen? Auf der offiziellen Seite von Path of Exile. Auf der YouTube-Seite, ihr seht, hier könnt ihr die ganzen Videos euch anschauen, auch wenn ihr noch mehr Content haben wollt, als was wir jetzt hier besprechen. Ganz zum Schluss möchte ich noch kurz auf die aktuelle Season eingehen. Und zwar gibt es jetzt einen Zeitplan, der wurde von Frining Gear Games veröffentlicht. Das heißt, die neue Erweiterung kommt erst Ende März. Also für alle, die gehofft haben, dass Ende Februar vielleicht schon die ersten Ankündigungen oder die ersten Sachen kommen, weil dann wären die drei Monate theoretisch vorbei. Aber das kennen wir ja schon. Die letzten Ligen gingen alle im Schnitt vier Monate, plus minus ein paar Tage, aber ungefähr so vier Monate. Ja, man merkt einfach, dass die meiste Energie natürlich in POE 2 reinkommt. Und damit würde ich dann auch gerne den Cut machen. Und wir schauen uns dann Footage-Material an und wir besprechen alle Änderungen oder alle Informationen, die wir jetzt bekommen haben, wieder über den aktuellen Stand zu Pufferwechsel 2. Und damit sprechen wir jetzt über die Entwicklungen, die sich nach dem Interview ergeben haben. Nur kurz zur Einordnung. Mein Englisch ist nicht das Beste. Und ich habe mir das Video zwar angeschaut, habe mir dann aber über Google das übersetzen lassen. Deswegen, es kann sein, dass ich nicht alles so verstanden habe, wie das dann dort gesagt worden ist. Durch die, einerseits durch mein schlechtes Englisch, durch das Übersetzen, andererseits die Google-Übersetzung, da die automatisch ist ja auch nicht immer die beste. Und beides zusammen beißt sich manchmal. Aber ich glaube, ich habe das meiste so mitbekommen und verstanden. Nur das zur Einordnung. Und zwar das POE 2, was ja angekündigt wurde, ist mit Juni. Am 7. Juni soll die Close-Beta starten und dann die Beta-Phasen und, und, und. Und irgendwann, vielleicht Anfang 2025, sollte das Game dann released werden. Scheinbar ist das aber anders, wie ich das auch wahrgenommen habe. Und auch anders zu anderen Beta-Tests von anderen Spieleherstellern, von anderen Entwicklern. Und zwar würde es so sein, dass es zuerst eine geschlossene Alpha-Phase gibt. Da dürfen, werden nur wahrscheinlich große Streamer, Magazine, also Game-Journalisten in dem weitesten Sinne, die auch irgendwie ein bisschen was zu sagen haben, werden da eingeladen. Das Ganze fällt, so wie ich das verstehe, und eine NDE. Wer das nicht kennt, NDE, das sind Verschwiegenheitsklauseln. Das heißt, man bekommt quasi den Zugang zu dieser geschlossenen Alpha-Version, muss dann aber dafür einen Vertrag unterschreiben oder irgendwas, wo dann drinsteht, was man alles nicht sagen darf oder über was man nicht berichten darf. Dann gibt es dann, ich habe das selber noch nie gehabt, aber ich nur vom Hörensagen. Es gibt dann verschiedene Klauseln, Deadlines und das heißt zum Beispiel, wenn ich zwar in der geschlossenen Alpha bin, dann darf ich erst nach zwei oder drei Wochen über gewisse Aspekte dieses Testes sprechen. Manchmal darf man gar nicht darüber sprechen, also es ist halt unterschiedlich. Das ist die erste Phase, die wird wahrscheinlich sogar, so wie ich das jetzt verstehe, in den nächsten Wochen bis Monaten anlaufen, wo die ersten eingeladen werden zur geschlossenen Alpha-Variante. Die wird aber größtenteils unter NDE fallen, also man wird da wahrscheinlich erst mal nichts mitbekommen oder nur sehr wenig. Es sei denn, es gibt dann irgendwen, der irgendwie Informationen liegt, aber das ist halt immer nicht so cool. Aber das soll jetzt nicht unser Problem oder unsere Sache sein. Was viel geiler ist und viel wichtiger für uns ist, es wird, wenn das Datum stimmt, aber bis jetzt habe ich nichts Gegenteiliges gehört, am 7. die geschlossene Beta starten. Die geschlossene Beta ist aber eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, gar keine geschlossene Beta, wo wirklich nur einzelne Leute eingeladen werden. Die dürfen das dann spielen und die dürfen dann halt auch darüber berichten, Journalisten, große YouTuber oder Content Creator, sage ich mal. Und dann gibt es eine gewisse Testphase von ein, zwei Tagen, manchmal sogar eine Woche und dann wird die Phase aber geschlossen oder dann ist sie beendet. Dann wird ge-reworked, gebalanced, an dem Game weitergearbeitet und irgendwann wird das dann halt, gibt es vielleicht nochmal eine geschlossene Beta oder dann eine offene Beta und dann irgendwann wird das released. So wie ich das jetzt verstehe, ist das bei POE aber anders gemacht. Und zwar wollen die nicht die geschlossene Beta haben, so wie man es bis jetzt kennt, sondern die geschlossene Beta ist quasi für alle da, sobald du ein Paket kaufst. Also so wie ich das verstehe, kann man quasi so ein Supporter-Pack kaufen. Keine Ahnung, wo das jetzt im Preis liegt, aber ich vermute, das wird so zwischen 30 und 60 Dollar liegen. Wenn du dir das Supporter-Pack kaufst, dann bekommst du Zugang zur Open Beta, kannst dann testen, spielen, es gibt auch keine, so wie ich das jetzt verstehe, auch keine NDE, also keine Verfähigenheit im Klauseln oder irgendwas. Und in dieser Phase der geschlossenen Beta sammeln sie Daten, arbeiten an Reworking und Balancen das Game und dann, laut GGT, soll in sechs Monate später, also wenn das dann 7.7. ist, also sechs Monate später irgendwo Dezember, Januar irgendwo, soll es dann nahtlos in die offene, in die Full-Release-Variante gehen. Das heißt, das, was du dir bis dahin erspielt hast, sei es irgendwelche Charakter, irgendwelche Items etc., das bleibt einfach bestehen und du kannst dann von dort aus weiterspielen und den neuen Content quasi kreieren. Und da kommen wir auch dann zu dieser neuen Content-Sache oder zu dem Content allgemein. Die Path of Exile 2 wird auf keinen Fall so umfangreich werden wie aktuell PoE. Also die ganzen Spielmechaniken, wie Blythe heißt, gibt es alle nicht. Es gibt ein paar kleinere Sachen wie Bosse und so, aber das ist nicht der Hauptfokus, sondern der Hauptfokus ist halt das Grundspiel, Crafting-System, das Skillsystem, die Talentbäume. Und das ist so das Grundsystem, da werden sie wahrscheinlich noch am meisten dran rumschleifen. Es gibt aktuell bis zu zwölf Charaktere. Also wenn man ehrlich ist, es gibt sechs Klassen und jede Klasse hat aber so eine zweite Klasse. Also ihr könnt den Ranger oder den Droiden spielen und dann halt auch noch den Ranger. Die sitzen quasi auf der gleichen Stelle vom Baum, aber ihr könnt es halt da einmal wechseln. Also quasi Geschicklichkeitsklassen gibt es zwei, es gibt zwei Int-Klassen, es gibt zwei Stärke-Klassen und dann immer jeweils eine Klasse, die genau dazwischen liegt, zwischen Stärke und Int oder Int und Geschicklichkeit oder Geschicklichkeit und Stärke. Und jede Position ist doppelt besetzt und so kommt man auf diese zwölf Charaktere, die man spielen kann. Also das ist so der Haupt-Content, sage ich mal. Und dann soll es einmal jährlich eine große Expansion geben, so wie wir es bis jetzt auch in PoE hatten. Das heißt immer so nach vier, fünf Ligen, es kam immer ein bisschen darauf an, manchmal war das auch ein bisschen Zeit verschoben, aber einmal im Jahr kam eine große Expansion, einmal der Atlas der Welten, Calandra. Also das sind die großen Expansion und zwischen diesen großen Expansion soll es dann immer so drei bis vier Ligen geben. Also so wie wir das bis jetzt auch haben, alle drei Monate und im Schnitt würde ich sagen eine neue Liga mit neuen Liga-Inhalten, neuen Liga-Mechaniken. Am Ende der Season werden dann die Liga-Mechaniken wahrscheinlich erstmal wieder rausgenommen, überarbeitet und kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt in das Core-Game. Und einmal im Jahr gibt es dann eine Expansion. Das ist ja schon mal richtig nice. Im Prinzip ist das genau so, wie es jetzt auch ist, bloß der große Vorteil ist, ihr werdet, wenn ihr heute anfangt mit PoE oder mit PoE 2, wenn man genau ist, nicht so komplett überladen, wie es aktuell ist. Weil wer jetzt in das neue PoE 23 oder nächste Season 24 einsteckt, der wird ja so erschlagen mit so vielen Mechaniken, so vielen Content, so viele Sachen, man weiß gar nicht, was man machen soll und so. Also das wird deutlich reduzierter. Ich hoffe, dass dann der Einstieg auch für Neueinsteiger in das Genre oder in das Spiel deutlich einfacher ist und die dann damit gut zurechtkommen und dann auch spielen können. Das ist halt schon meine Hoffnung, dass es dann nicht so erschlagen ist und dass man da dann... Was man auch sagen muss, und wenn das Grinding Gear Games schon so betont, das Spiel wird nicht leicht sein. Also wenn ihr in die Beta kommt, dann wird es nochmal deutlich schwieriger sein als das aktuelle PoE, weil das Argument war von Jonathan, dass ein schweres Spiel leichter zu patchen ist, als ein leichtes Spiel wieder schwerer zu machen. Und darum wollen sie am Anfang es lieber haben, dass es schwer ist, dass die Leute verzweifeln oder nicht so geil finden und dann durch Patches, durch Änderungen das Spiel so anpassen, dass der Schwierigkeitsgrad passt und dass die Leute da gut eingeführt werden. Die Argumentation kann ich nachvollziehen. Wie schwer oder leicht, unter Anführungszeichen, das dann wirklich ist, muss man dann sehen. Ich habe ja noch nicht mal das PoE 2 gespielt. Es gab schon einige, auch deutsche Content Creator, die auf der Gamescom oder so mal eine Runde zocken durften. Ist auch ganz fein, ist auch toll. Ich freue mich halt echt auf den Sommer. Und wenn es dann wirklich losgeht, einfach in die Open Beta mit euch gemeinsam rein starten. Was gibt es noch für Änderungen, die jetzt schon angekündigt wurden? Es wird, also sie sagen, es ist kein Auktionshaus. Ich verstehe das ein bisschen so wie ein Auktionshaus. Mir ist klar, dass der Begriff Auktionshaus vielleicht ein bisschen auch verbrannt ist oder nicht so hundertprozentig positiv besetzt ist, warum man das dann nicht so benennen möchte. Und zwar soll es eine Option geben, wenn ich irgendwas habe, ein Item, was auch immer und ich möchte das verkaufen oder ich möchte irgendwas von jemandem kaufen, dann kann ich das quasi aus seinem Bestand kaufen für Ingame Gold. Also nicht für Gold, was ich mit Geld einzahle oder wo ich mit Geld auflade, sondern das Geld, was ihr dann während des Spielen findet. Oder wenn ihr Items verkauft, bekommt ihr ja Gold. Und mit diesem Gold könnt ihr dann quasi über den Handel Items kaufen. Und der Vorteil ist halt, dass ihr ein bisschen unabhängig seid, ob der Dude jetzt gerade online ist oder nicht, sondern ihr könnt das kaufen und ich finde die Entscheidung gut, weil das ist auch ein großer Kritikpunkt am aktuellen POE, wenn der Dude nicht online ist oder gerade nicht am PC oder 100.000 Sachen passieren. Ich schreibe den an und er reagiert dann nicht, aus welchem Grund auch immer, dann schreibe ich halt nochmal 10 Leute, 15, 20 Leute an, bis ich das eine Item tauschen kann, also die eine Currency tauschen kann oder irgendein Item kaufen kann. Und da würde es sein, so wie ich das verstehe, dass ihr nicht euer ganzes Inventar auf einmal verkaufen könnt. Ihr könnt, glaube ich, pro Stunde, ist eine gewisse Anzahl an Items oder Trades, die man machen kann. und das könnt ihr dann quasi direkt kaufen von den Leuten und wenn ihr Sachen verkauft, dann geht es ja von mir aus einmal am Tag zum Auktionshaus, schaut rein, okay, ich habe das, das, das verkauft, nehme mein Gold wieder oder nehme meine Items, die ich gekauft habe und kann dann aber weiterspielen. Ich bin da nicht ja so dran gekoppelt. Was mich dann gleich zum nächsten Punkt bringt und zwar würde es wieder so sein, auch wie in PoE1, ihr werdet externe Tools brauchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Freund davon, gerade wenn es irgendwelche Tools sind, die von Drittanbietern gemacht werden, weil es hat immer ein bisschen, ich verstehe, also für mich ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich bin dann natürlich von diesem Anbieter oder von demjenigen ja irgendwie abhängig und der, der das dann entwickelt, ist natürlich auch abhängig vom Spiel und von den Leuten wieder und wenn, aus welchen Gründen, es kommt neue Season, neuer Content und er kann halt nicht schnell genug nachliefern oder die Leute, die das dann entwickeln, die Drittanbieterlösungen, dann hat man gerade vor einigen Jahren, es ist aktuell nicht mehr ganz so, aber vor einigen Jahren hatte man dann oft das Problem zum Liga-Start, waren dann die Tools nicht ready, weil die Leute natürlich in ihrer Freizeit wann auch immer die Sachen nachprogrammieren, nachpatchen und dann erst immer so Stück für Stück nachliefern der Community und die Community kann dann die Tools dann nutzen. Anders, ein bisschen anders ist das halt noch mit so Tools oder Sachen, die dann direkt von Grinding Gear Games kommen, weil die haben halt direkten Zugriff, die können das direkt patchen, die haben halt den First Support, wenn man so möchte, oder den großen und ich verstehe auch, dass man gewisse Sachen aus dem Spiel rausnimmt und die dann auf einen Drittanbieter oder auf einer zweiten Ebene vermarktet, wie das Trading-System. Ja, mir ist klar, dass ich einen Browser natürlich deutlich besser suchen kann, ich kann bessere Algorithmen schreiben, ich kann auch, der Browser ist ja für das Suchen optimiert und ich merke auch, dass ich ihm, also auf der PoE-Seite, wenn ich dort suche, ich nutze das natürlich super, auch gerne die ganzen Einstellungen, die es da gibt, ich versuche dann immer, mir gewisse Sachen rauszupicken und die ich mir dann kaufen kann und das geht halt sehr gut über Browser, über die ganzen Suchfunktionen, auch gerade, weil GGG ihre Handelsplattform auf der offiziellen Webseite so krass schon ausgebaut haben, dass es einfach Spaß macht, auch dort zu suchen. Bei den anderen Drittanbietern Sachen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, klar gibt es da auch immer mal wieder, ja, mal Schwierigkeiten mit diesen Tools, in den letzten Jahren muss man aber auch sagen, die Tools sind echt gut geworden, die es gibt, sei es der Lootfilter, sei es Bricechecker, Labyrinth, es gibt einige, die ich gar nicht verwende, aber es gibt halt viele, viele Tools und einige verwenden diese, andere verwenden wieder andere Tools, manche haben eine Kombination aus verschiedenen Tools, den Chaos Rezeptor, Chaos Recipe, Tools ist zum Beispiel, was ich nutze, es gibt halt nur zwei, drei Tools, die ich nutze, und genauso wie das Path of Building ist halt ganz cool, weil du halt dein Bild quasi unabhängig vom Spiel designen, kreieren, ausbauen etc. kannst und ja, einerseits ist es cool, dass die Leute, die das dann entwickeln, dahinter sind, dass da auch immer Updates gibt und das ist auch meistens, aktuell ist es ja so, wenn du zur Liga startest, kannst du dir schon ein oder zwei Stunden vorher die ganzen Updates ziehen von den ganzen Tools, die du hast und du kannst dann zur Liga start, hast du alles ready, machst dann vielleicht noch kurz davor, noch deine Lootfilter konvertierst in die neue Liga rüber und bist dann ready und kannst eigentlich das ganze Wochenende zocken, ohne jetzt irgendwie groß rumzueiern und da hoffe ich, dass es dann im PoE 2 mit diesen Tools und mit diesen ganzen Drittanbieter Lösungen auch so gut läuft oder ja, aber das ist so ein Punkt, den mag ich halt leider nicht so. Ich verstehe, dass man gewisse Sachen auslagert und ich verstehe auch, dass das natürlich auch für das Spiel als solches gut ist, weil wenn ich gewisse Sachen, so wie das Handeln oder andere Sachen auslagere, dann kann ich natürlich viel mehr Performance im Spiel auf den Servern, weil man spielt ja auch auf den Servern von GGG, viel mehr spielerische Sachen machen, die dann nicht durch andere Sachen wie, keine Ahnung, Trading und quasi Leistung ziehen und so habt ihr halt mehr oder mehr Serverleistung und mehr Sachen, die für das Spiel da sind und dass man da versucht dann, sich auf das Spiel zu konzentrieren und dann gute Sachen selber zu machen, wie das Stratting-System, haben sie ja selber gemacht auf der eigenen Homepage und andere Sachen zu unterstützen von Drittanbietern, wo es dann geht um Lootfilter, ein Wiki. Wiki ist auch immer ganz wichtig. das finde ich zum Beispiel auch schade, warum kann man das nicht schaffen, ein Wiki so aufzubauen, spielintern, dass ich auch intern die Daten habe, also damit ich dann sehe, okay, das sind wirklich 2,3% und nicht 4% oder dass ich wirklich die harten Facts aus dem Spiel habe, weil das eigentliche Tutorial oder das Wiki, was ja im Spiel drin ist, ist ja eher sehr allgemein, es werden zwar ein paar Sachen erklärt oder ein paar Mechaniken erklärt, aber so wirklich, dass du rein, richtig deep rein springen kannst und dir dann harte Fakten raus, sind das jetzt so und so viel Prozent oder wie es der genaue Zahlen wird, sowas wird dann halt auch alles auf externe Seiten ausgelagert und da glaube ich, das könnte man auch intern machen, weil man macht ja sowieso die Patch-Notes oder die patcht alles, man ändert die Zahlen und die Zahlen, die dann geändert werden, werden automatisch, wenn ich dann im internen Wiki schaue und er schaut dann mir den Wert nach, dann steht ja eh der neue gepatchte Wert oder was auch immer dort, das sind so Sachen, wo ich ein bisschen, ja, Bauchschmerzen will ich nicht sagen, aber das ist immer so ein bisschen eine Sache, wo ich, ja, da denke ich mir, gewisse Sachen intern belassen ist gut, dafür sollen andere von mir aus das mit dem LUT-Filter machen, das ist eine klasse Geschichte oder andere Tools, wir werden ja auch sehen, welche neuen Tools es gibt für POE 2, ob es da irgendwelche neuen Sachen gibt, wir werden sehen. Was gibt es noch zu sagen? Änderungen am Crafting, also, es gibt, also das aktuelle Crafting ist ja, ja, also entweder du bist saureich, du kannst so viel craften, wie du möchtest und kannst dir halt die krassesten Items zusammen craften, die verkaufen für so nebenbei oder für Leute, so wie ich es manchmal habe, ich hau da, keine Ahnung, tausend Dinger drauf und bekomme irgendwie nichts dafür gefühlt, also, ja, nicht das, was ich haben möchte und das Crafting ist zwar geil und es ist auch geil, dass du mit den verschiedenen Currency-Ressourcen, die es gibt, verschiedene Sachen auf diesen Items craften kannst, die, sei es Suffixer, Prefixer, implizit, du kannst die Werte rollen, du kannst Influenzen rollen, du kannst dir, also du kannst so, 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 so viel machen und es gibt ja auch eine eigene Seite, die ist bis zu einem gewissen Grad richtig genial, die, die Craft Exile von, von Meth, Methis, heißt er glaube ich, echt gigantische Seite und man kann da echt so reinschauen, da ist halt dann für mich wieder das Problem, es ist halt nur auf Englisch, ich kann mich da stundenlang zwar reinarbeiten, aber so wirklich den hundertprozentigen Überblick habe ich dann auch nicht und dann gibt es gewisse Sachen, Spezialressourcen, die du dann verkraften kannst, wo zwar ungefähr steht, was du brauchst, aber nicht genau, dann nicht spezifisch genug bei gewissen Sachen brauche ich jetzt eher die kleine, die mittlere, die große oder die ganz große Ressource von dieser Art von Ressource, um diesen oder jenen Graph zu bekommen, ja, es ist halt alles nicht so optimal manchmal, vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu wenig crafte, zu wenig da drin bin in dem Thema mit dem Craften, aber da soll es auf jeden Fall Änderungen oder soll es deutliche Änderungen geben in POE2, so wurde das jetzt gesagt, dass man nicht mehr so krass viel, es wird sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre dann auch wieder steigern, aber also nicht mehr so krass Ding ist, sondern du hast halt einen kleineren Pool und dieser Pool, der dann zum Graphen ist, soll dann auch nicht mehr ganz so groß sein, also so wie ich das verstanden habe, du sollst dann nicht mehr hunderte oder tausende Materials auf das eine Ding draufhauen, nur um zu hoffen, diesen einen oder jenen Craft zu bekommen, also ich sage dann immer gerne, man möchte gewisse Sachen craften und da möchtest du dann gerne haben T1 das und T1 das, dann haust du halt so lange Alturation drauf, bis du halt diese zwei Mods auf T1 hast und dann haust du einen Riegel drauf und dann bekommst du halt irgendeinen Suffix oder Präfix drauf, der überhaupt nicht passt und dann fängst du quasi an, machst das Item wieder weiß und fängst wieder an, hunderte Riegel drauf zu werfen, nur um diese zwei Mods zu bekommen, klar, man kann das dann auch noch irgendwie, entweder man macht einen Fingerprint davon oder man blockt dann diese Crafts oder ja, ja, wie gesagt, es ist echt super kompliziert, das soll deutlich einfacher werden oder der Einstieg soll deutlich einfacher werden in PoE 2, da bin ich echt gespannt, wie das dann wirklich umgesetzt wird, weil er hat zwar Beispiele genannt, auch in dem Interview und das ein bisschen besser erklärt, aber es ist irgendwie schwer, sich das vorzustellen, wenn man das nicht selber mal ausprobiert hat oder gesehen hat, wie das dann ist, wie, ja, wie abgespeckt oder wie leicht unter Anführungszeichen oder PoE-Verhältnisse, wie leicht ist dann wirklich das Craften in PoE 2, also das muss man dann schauen. Was auch gesagt wurden ist, bei den Änderungen, dass man hatte ja in diesen Playthroughs, die es jetzt bis jetzt gab, es gab ja mehrere Playthroughs, es gab ja auch Showcases zu verschiedenen Klassen, ich erinnere an das Mersony-Showcase zum Beispiel, und da war es ja oft, oft war es ja hin und wieder so das Monster, die man tötet, Gold fallen lässt und man musste hinlaufen, das Gold einsammeln, jetzt wird es wohl eine automatische Aufsammelmechanik geben, weiß ich jetzt nicht, ob das dann ein Pad ist, so wie in Diablo, Diablo 3 war das ja das erste Mal so, dass dann du dir so ein Pad besorgt hast oder bekommen hast und der hat dann automatisch das Gold eingesammelt, das soll jetzt auch in PoE 2 kommen, dass du dich auf das Schnetzeln konzentrieren kannst, du stellst dir dann deine Loopfilter ein, unter deinen Lootfilter ein und kannst dann einfach durchlaufen und schnetzeln und das Gold, was so hin und wieder getroppt wird, wird automatisch eingesammelt, weil du brauchst das Gold wahrscheinlich nicht nur zum Graften, sondern auch zum Handeln für, also es gibt ja interne Händler in den Städten, wo man ein paar Sachen, Currency, Items kaufen kann und dann brauchst du aber Geld aber auch für den externen Markt, sage ich mal, wo du dann Items traden kannst, direkt oder indirekt von Spielern, über das, ich sage mal, unter Anführungszeichen Auktionshaus, wie dann wirklich das Auktionshaus ausschauen wird und wie das dann benannt wird, werden wir dann sehen, nur damit man eine Vorstellung hat, aber so soll das funktionieren, das Trading-System. was auch gesagt wurden ist, es wird am Anfang keine Gilden geben und was ich okay finde oder ja, es ist wahrscheinlich noch dieser geschlossenen Beta ja, geschuldet, sie rechnen vielleicht nicht mit so vielen Leuten und dass die Leute sich aber irgendwie austauschen und nicht so, ich weiß nicht, oder vielleicht ja, was der wahre Grund ist, kann man nur spekulieren, aber es wird am Anfang keine Gilden geben, deswegen würde ich dann das natürlich, ich habe jetzt das glückliche Ding, ich habe mir ja einen eigenen Discord-Server gemacht, ich würde dann meine Plattform auch anbieten für die Leute, die mehr haben wollen, einfach mal in die Videobeschreibung kommen, joint dem Discord und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann über den Discord austauschen können und wenn es dann entweder zum Full-Release oder in den kommenden Season dann irgendwann die Möglichkeit gibt, auch interne Gilden zu gründen, dann haben wir ja schon vielleicht ein paar Leute, die da interessiert sind und die dann auch an einer Gilde interessiert sind und dann ist der Start einfach leichter dann und deswegen würde ich gerne meinen Discord dann auch anbieten, einfach zum Austauschen, zur Gruppensuche, für Fragen, wenn es dann Fragen gibt zu POE 1, also zu dem 9, das erste Teil würde ja weiterlaufen, auch mit neuen Seasons etc. Und dann natürlich alles, was zu POE 2 kommt, zu den neuen Seasons, zu den neuen Inhalten und wer da nichts mehr verpassen möchte, würde ich auch gerne einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke vielleicht zu klicken, ansonsten gerne auf den Discord schauen oder auf meinen anderen Social-Media-Kanälen. Dann hätte ich noch zwei, drei Punkte auf meiner Liste und zwar Quality of Life, also es wurde auch angesprochen, es gibt Quality of Life Änderungen, einerseits habe ich das schon erzählt, das Gold wird automatisch aufgesammelt und ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Quality of Life Sache ist, aber die Inventare oder das Inventar-Management wird so bleiben, wie es im aktuellen POE 1 ist, es wird nicht so sein, wie in Diablo 2, äh 3 und dann auch später in Diablo 4 jetzt ist, wo du quasi, egal ob du einen Handschuh hast oder eine Rüstung oder eine Waffe, Einhand, Zweihandwaffe, die braucht halt immer zwei Slots und auch Ringe, das wurde jetzt glaube ich geändert, dass die kleinen Sachen nur noch einen Slot brauchen, ähm, das ist nicht so, ich finde das okay, ähm, ja, es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie groß ist das Inventar wirklich, am Anfang einer Season braucht man natürlich doppelten und dreifachen Lootplatz, weil man irgendwie alles mitnehmen möchte, alles irgendwie schnell zu, zu Currency machen muss oder möchte, einfach um sich die ersten Items zu kaufen, für seinen Bild, für seine Vorstellungen und später dann, wenn du dann so im Endgame angekommen bist, so im gemütlichen Farmen, dann pickst du eh nur noch mehr das Wichtige auf und dann brauchst du gar nicht mehr so große Inventarslots oder Inventarmöglichkeiten, deswegen, ja, es wird eine Zweihandwaffe so viel Platz brauchen, wie eine Zweihandwaffe wahrscheinlich aktuell auch braucht, sechs bis acht Slots, Handschuhe, dann eher kleiner, wahrscheinlich so vier Slots, dann wird es wahrscheinlich Einhandwaffen mit drei Slots wiedergeben, Ringe, also so kleine Sachen, dann mit einem Slot, ich finde, das ist okay, ja, ob das jetzt wirklich, ja, ich, also ich verstehe einerseits, dass man das versucht, ein bisschen zu minimalisieren, der Weg von Diablo zum Beispiel, andererseits, ja, es ist auf jeden Fall interessant oder es ist jetzt für mich auch kein, kein Unterschied oder großer, krasser Unterschied, ob das jetzt nun ein Slot oder zwei Slots ist oder ob das so oder so ausschaut, wenn man, wenn man das dann so verinnerlicht hat und so wie das dann ist, dann, ja, es wird wahrscheinlich passen, was, was ich viel, viel spannender finde, dass die Sockel, die normalerweise auf der Ausrüstung mit verpresst sind, mit involviert sind, dass diese Sockel ja extern sind, also nicht mehr auf diesen Ausrüstungen, ja, fixiert ist, es war ja so, eine Einhandwaffe kann ja zum Beispiel bis zu drei Sockel haben, ein Handschuh, Schuhe und Helm kann bis zu vier Sockel haben und eine Körperrüstung oder eine Zweihandwaffe bis zu sechs Sockel und jeden Sockel kann man natürlich da noch verlinken, also dann drei Links, vier Links oder bis zu sechs Links und das war halt immer auf die Waffe gemünzt, das heißt, wenn du eine Waffe hattest mit drei Sockel, konntest du halt nur das nutzen und dann halt die Werte, die drauf sind, das ist ja jetzt entkoppelt, das finde ich echt eine geile Idee und zwar hast du jetzt ein eigenes Menü, wo du deine ganzen Links hast, wo du deine ganzen Gems reingibst, die dann verlinkst und es wurde jetzt auch gesagt schon, am Anfang habe ich das ein bisschen falsch verstanden, dass man jetzt theoretisch für jeden Slot bis zu sechs Links haben kann, aber so wie ich das jetzt verstehe, ist das limitiert, dass man ein oder zwei sechs Links haben kann und der Rest ist dann auf vier Link oder auf drei Link oder weniger limitiert und so könnt ihr euch dann eurem Bild zusammenbauen und was ich halt super geil finde an dieser Mechanik, du kannst halt, wenn du anfängst im Levelprozess bist und du suchst dir die ersten Items mit irgendwelchen Werten, irgendwelchen Crap-Werten, die kannst du anziehen, aber deine Juwelen, deine Gems gibst du nicht in die Ausrüstung, sondern in das zweite Menü, dort kannst du deine Skillung aufbauen, ob das jetzt grüne, blaue, was auch immer deine Skillung dann ist und wenn du aber in den Akten im Levelprozess bist und du findest einfach neue Boots, die sind besser von den Werten, dann kannst du die anziehen und du musst aber nicht dein Gemsetup auf diesen Boots ändern, sondern die sind ja in dem eigenen Menü drin und dadurch, dass das entkoppelt ist, wird glaube ich der Levelprozess angenehmer werden, später hat man ja genug Ressourcen, um immer umzurollen seine Sockel zu rollen, seine Verlinkungen zu machen, deswegen später war das gar nicht so relevant mehr für mich zumindest, am Anfang fand ich das immer super nervig, du findest, gerade wenn du als Melee unterwegs bist, bist du super abhängig von deiner Waffe, wie viel TPS, wie viel physischen Schaden die hat und diesen Schaden entweder hast, machst du direkt physischen Schaden oder konvertierst du zu 50% in irgendein Element oder so und je schlechter deine Waffe ist oder umso geringer dein DPS ist, umso schlechter sind dann auch deine Skills gewesen und du brauchst halt immer alle paar Maps oder spätestens jeden Akten irgendwie eine neue Waffe, weil sonst bist du so mit dem DPS abgekackt, dass du da gar nicht mehr zurechtgekommen bist, was auch ein bisschen das Leveln, der gerade für Melee-Charakter echt super nervig macht, gerade im POE 1 auch, deswegen sind halt so Zauberbilds oder indirekte Sachen, Minions oder Totems oder Minds zum Leveln einfach so gerne genommen, weil sie halt nicht mit einer Ausrüstung so krass skalieren, sondern hauptsächlich mit dem Level der Skills steigen und da man ja sowieso, wenn man so durch die Akte läuft, alle paar Dungeons ein Level abbekommt, steigt automatisch deine Skalierung und du bekommst halt immer immer mehr Damage, ohne dass du jetzt groß deine Ausrüstung ändern musst. Ich erinnere nur dran, du hast irgendeinen Zauberskill, du craftest dir in den ersten, ein, zwei, nach den ersten Maps, wenn du die ersten Ringe hast, glaube ab Level zwölf kannst du zehn oder zwölf kannst du ja in die Stadt zurückgehen, kannst dann den Ring verkaufen, plus die Waffe, die du haben möchtest und du bekommst dann halt plus eins zu Socket Games auf Feuer, Feuerkälte oder Blitz und wenn du dann dort deinen Main Skill reingibst, hast du einfach mal Level 3, Level 4 oder so und wenn du das auf zwei Waffen hast oder zwei Dinger, hast du dann gleich mal plus zwei Level und das skaliert dich so viel krass mehr wie wenn du mit Millie durchlaufen wirst und dann kommen wir auch noch zu dem Level Prozess, so wie ich das verstehe, gibt es nicht die Möglichkeit quasi den Level Prozess irgendwie abzukürzen, also du musst wahrscheinlich oder ziemlich sicher so wie ich das jetzt verstehe immer diese Akte durchlaufen, der einzige Vorteil ist, es sind nicht mehr zehn Akte, sondern im PoE 2 sind es glaube ich sieben Akte, die musst du halt immer einmal durchlaufen, quasi die Story einmal machen, da wird es dann sicher auch wieder Guides geben, wie man am besten und am schnellsten durch die Akte durchkommt, aber das wird euch nicht erspart bleiben, ihr müsst immer einmal quasi den Level Prozess abschließen, mal schauen wie schnell man das machen kann, aktuell ohne Level Gear ist so der Weltrekord bei glaube ich ich glaube wir sind jetzt schon unter sechs Stunden einmal komplett durch den Level Prozess und dann ist man ja in dem wenn man aus dem Level Prozess draußen ist in die Maps kann, ist man ja schon im Endgame und dann kann man dann oder vielleicht mitgeben und dann dauert es noch ein paar Maps bis man dann auch ins Endgame kommt, aber das wird auch in PoE 2 so sein, ihr werdet erst die Akte durchlaufen müssen, eure Skillung, eure Sachen anpassen und was man auch nicht vernachlässigen kann, die Bosskämpfe sind echt anspruchsvoll, selbst in den Playfruits, wo man sagt, okay die sind schon geübt, die haben jetzt diesen Weg ein paar Mal geübt, bevor sie das dann live on camera oder on stage zeigen und selbst da sieht man, dass die Leute, die das dann spielen, die Bosse, die Bosse sind echt hart und ich bin echt gespannt, wie schwierig unter Anführungs das Ganze wird und wie anspruchsvoll das dann wirklich wird. Was man noch sagen kann dazu, wenn ihr beim Boss sterbt, dann ist es nicht so wie im ersten Teil, dass ihr dann einfach beim Boss seid, ihr geht wieder in den Raum rein und er hat halt 10% verloren, also hat er nur noch 90%, sondern im zweiten Teil würde es so sein, wenn ihr sterbt und ihr müsst zum Boss nochmal hin, dann hat er auch wieder 100% Leben. Das heißt, ihr müsst wirklich in einem Cycle, also in einem Durchgang den Boss schaffen und da bin ich echt gespannt, wie das dann wird, zumal sie ja schon mehrfach gesagt haben, POE 2 wird kein leichtes Spiel, gerade am Anfang, weil sie natürlich in der Beta-Phase dann noch viele Sachen ändern, auch von heute auf morgen ändern, anpassen, deswegen, wenn ihr euch Builds baut, kann es passieren, dass ein paar Tage später, wenn das overpowered oder irgendwie verpackt ist, dann nicht mehr funktioniert, das müsst ihr dann ja so hinnehmen, ist auch okay, weil das ist ja immer noch unter dem Label Beta oder Close Beta, das heißt, sie werden da viel, viel öfters Updates bringen, viel, viel schnell Änderungen auch an der Meta vornehmen, die das Balancing angehen und ich glaube, das ist auch so der Fokus der 6 Monate Beta-Phase und dann später, wenn der Full Release da ist, entweder nehmen sie das Weihnachtsgeschäft noch mit, also heißt vor Weihnachten veröffentlichen, was ich fast nicht glaube, weil es ja 7 plus 6 sind ja schon 13, also irgendwo Jänner, Februar ist meine Vermutung dann kommt dann der Vollrelease und beim Vollrelease ist es dann so, dass ja dann nicht mehr permanente Änderungen gibt, sondern dann gibt es nur noch Meta-Changes und Liga-Changes immer zur neuen Liga, natürlich wenn die neue Liga läuft, dann gibt es immer kleine Hotfixes, Bugfixes, aber grundsätzlich wird dann der Meta nichts geändert, das passiert dann erst wieder zur neuen Liga und zum neuen, zur neuen oder neuen Expansion ist, es soll ja einmal im Jahr eine neue Expansion geben, gut, jetzt habe ich echt schon wieder viel, viel, viel gelabert über PoE2, ich hoffe es waren einige Informationen auch für euch dabei, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, ich werde euch das Video auf jeden Fall unten nochmal in die Beschreibung hauen, falls ihr euch das 2 Stunden Interview ganz anhören möchtet und nochmal nachhören wollt, vielleicht habe ich was vergessen, einfach in die Kommentare, habt ihr Fragen auch in die Kommentare, ich freue mich und ich danke euch fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal, bis dann, Tschüssi!